Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, heute gibt es mal Resident Evil. Ist zwar schon etwas älter, die Demo, aber ich habe gedacht, bevor es jetzt gleich rauskommt, möchte ich das Zeilen mal durchfetzen und dazu nehme ich euch einfach mal mit. Spiel Star 10. Star 10. Oh fuck. Spiel Star 10. Ich hab doch auf Deutsch eingestellt Ich hab doch auf Deutsch eingestellt Wir sind ja im Spiel Ich werde sie an den Steinen zerschmettern Ich werde sie gegen die Steinen zerschmettern Eine Videokassette Ich werde sie an den Steinen zerschmettern Ich muss hier schnell ein wenig Das geht gar nicht 15 Ein bisschen besser Das fehlt die Sicherung Irgendetwas läuft uman Irgendetwas 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 Meinsch Ja Ja Sieht schön aus Schauen wir mal weiter Hier würde ich sagen Hier Ui Ui Kann man eigentlich schlafen oder schiessen Oder habe ich irgendwie Ja Was ist denn das Irgendes Inventar Hier Kann man aber nichts dabei haben Hüpfen Geht auch nicht So bei uns Ein Knöpf Keine Reaktion Scheiße Scheiße So was haben wir da schönes Keine Ahnung Scheiße Kann man nicht hineinschauen Das ist nicht schön Das ist nicht schön Ich bin vorher schon da gestanden Oder Mal Oder Oder Ich muss es abrühren Da kann ich irgendwie Ah da kann ich Joggen Joggen Das ist jetzt das gewesen Puppenfinger Okay Ah Teil der Handbänder Puppe Teil der Handbänder Puppe aus Zelluloid hergestellt Okay So In die Küche Mal schauen Hör ich doch mal auf Um einander springen Da oben Kopfvertaue Was ist da schönes Und das игр Dad Ja Na ja What the facken Vogel Das ist schon so ein echter Resident Evil Vogel, Mann. Von welchem Teil ist es auch? Ich weiss gar nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube vom dritten oder vom vierten. Gar nicht. So, gucke ich. Mann, echt, wechscht hier niemand ab, was läuft. Danke. Mmmh, Insekten, verdammt geil. Wie ist die Mitte der Kette verschlossen? Ah, was ist da? Nichts. Oh doch. Mmmh. Hälften? Sind das Kühe? Oh, Bolzenschneider. Jure geil. Wow. Und das Scheißteil hier. Das ist voll verbrannt und so. Wollen wir so raus? Eh, nicht. Wir brauchen auch einen Schlüssel. Ah, ja. Der liegt sicher da, irgendwo. Hehehe. Also. Würde ich sagen, knacken wir den Scheiß. Okay. Eigentlich könnte man mit dem Ding die Tür aufknacken, aber das ist eine andere Geschichte. Oh. Die Kassette. Okay. Du, du, du. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück. Ist da eigentlich irgendwie noch Suppe drin? Mh, Käfer. So grossig. So. Gucken wir mal. Kann man jetzt gleich am Eis fallen können? Oh, noch etwas. Nicht. Okay. Nur noch die Scheiß Sicherung finden und dann können wir den Knie aufdrücken. Gehen wir mal zurück. Ach, da kommt es mal wieder zu da. Wenigstens eine Woche in diesem Haus schauen. Herren wir mal zurück. Hehehe. 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 Schau mal die Scheisse. Lauf auf jeden Finger oder? Zurück, wo sind wir da? Ah, da geht es auch durch. Ja, dann los. Lecker! Ich weiss nicht, ob das meine Schritte sind, oder? Gottverdämme, dass das Teil rauscht, ey! Shit! Ja, schwierig. Kann ich das daran anbringen? Ja, eine Zange vielleicht? Oh, bist du toll? Bist du leer denn? What the fuck? Ah, geile Scheisse! Das ist doch etwas, nicht? So ein Scheisse, Mann! Oh, oh, oh! Da will ich sicher nicht rein, Mann! Es läuft mir durch, ey! Ich warte immer darauf, dass einer plötzlich hinter mir steht! Ah, verschlossen! Scheisse, guck da! Stohle Munitiones! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist eigentlich für riesen... riesen... Wie sag ich mit den Dinger? Ein Postage! Riesen-Postage! Naja... Ich werde mir einfach mal bestaplen! Oh, 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 oh! Oh! Ehh... Tape! Oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ok... Neuer Plan! Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Verzückt. Und jetzt? What the fuck? Wo sind wir da eigentlich? Was läuft da eigentlich? Was? Ah! Ja, mach mal die Türe aus. Scheisse, geh mal weg, ey. Lass mich zuerst mal. Shit, ey. Es läuft mir durch, ey. Ja, ich bin schon da drin. Ey, das ist doch... Uh, spuckt es hier? Das gleiche Haus wie vorne da. Haha. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete. Nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Weiss er nicht, ey. Worum geht's hier, André? Kein Ahnung, Alter. Verlassen ist Farmhaus, vermisste Familie, verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Mh, immer noch so lecker. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Die Bakers. Sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaff. Ach, Mist. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? Oh, André ist weg. André! André! Fancy, weisst du, wo André hin ist? Nein, ich habe gerade in die Kühlschrank hinein geschaut und etwas zu essen gesucht. Vielleicht ist er da hinten. André! Keine Ahnung, was da unten ist. Und jetzt stehst du einfach dort, Mann. Geh und suche einen. Wo ist er? Weiss ich das, Mann. Echt unglaublich! Juhu. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy. Du bleibst bei mir. Das ist, wenn ich jetzt einfach hochgehe. Puppen sind weg. Ui, ui, ui. Ah, der Knopf. Oh, jetzt geht's. Kann man nicht drücken? Komm jetzt. Ist so ein Scheiße, jetzt geht's nicht. Was ist da Lustiges? Popförer. Die war ich auch schon da gewesen. Ja, gehen wir halt wieder runter zu dieser Muschi. Ah, du Prinzessin, wo bist du? Was ist da? Puppen hangend nicht. Puppen hangend nicht. Wuuu. Eigentlich sind wir ja jetzt im Film sozusagen. Was hat das denn? Hast du es gehört? Jowei. Also für die, die es nicht checken, wir sind ja jetzt im Film sehr wahrscheinlich, wo ich die Videokassette reingeschoben habe. Keine Ahnung, ich hoffe es. Also, ich weiß. Haha. André, wo bist du, Mann? Warte, da hat er schon lange. Auch die Sicherung, die fehlt. Scheiße. Was zur Hölle? Keine Ahnung, was siehst du, Mann? Oh. So, das ist ein verdammter Witz sein. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheisse auf die Sendung. Ja, logisch. Vor allem ist der André dort reingegangen. Ja, du bist sicher der gescheitste, Mann. Du bist absolut der f***te Held. Nein, wie in jedem Horrorfilm, Mann. Drei Viertel von diesen Leuten würde ich überleben, wenn es nicht so verschissen blöd wäre, in diesen Horrorfilmen. Ja, genau. Der André ist da inne. Ja, sicher. Du zuerst. Hallo. Ich habe eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, ja. Du zuerst. Ja, nein, es sieht ja schon aus. Was ist du? Was ist? Nix, ey. Stress doch nicht. Oh. In ein Krankenbett oder so. Komm runter. Ist der Pino? Oh. Hello. What the f***? André ist ja... André ist tot. Und zwar im Keller. Aber... Ich denke, die sind das gleiche wie ich. Ich glaube schon, oder? Pling! So, jetzt können wir mal schauen, wo da André ist. Und ob die alle noch unten liegen. Hehehe. Aufstehen. C. Oh. Ii, Käfer. Hey, ein Hintertürschlüssel. Wow. Ja, super. Aber keine Leiter. Hmm. Okay. Ja, dann können wir halt den Schlüssel gut probieren, gell? Hey, Kollege! Kollege? Ist ja da am Aufräumen oder was? du läufst nicht aber sie tickt ok hey kollege wo bist du gedacht ob ich es im kühlschrank ich habe das gefühl plötzlich wundere ich es ist ein komisches kross am händen WTF Holy So ein Scheiss Ich will zuerst noch hochschnell Ich will zuerst schauen Und springen mal ein Was ist denn da? Die Jura Die Jura Die Ticke Mann Was anderes Mit dieser fehlt gar keine Hand Was ist denn der Finger Wie ihr wisst Kommentar Ja Ist ja gut Dann gehen wir zu dieser jura Gott Da haben wir euren Stress Oh Shit So also Hier hinten haben wir noch den Vogel. Mit! Ah, da lebt sogar... Ah, da ist es verdammt. So, gehen wir die Kollegen besuchen. Jetzt ist es da geworden. Du warst vorhin auch schon da draußen. Ich weiss... Warum scheiße du? Und? Ja, okay. WTF? Okay. Halt da hinter dir! Hinter dir! Ich habe ihn gewohnt. Nein, ich habe ihn gewohnt. Nein, ich habe ihn gewohnt. Okay. Ja, dann. Und das war's. Okay. Schlechtes Ende. Ist das jetzt schlechtes Ende, weil ich schlecht gespielt habe. Und nicht herausgefunden habe, wo die Sicherung ist. Wo der Finger ist. Oder ähm... Schlechtes Ende, weil das schlechte Sende ist ein schlechter Sende. Willkommen in der Familie. Und jetzt? Drittens in der Botschaftsprogramm von Resident Evil. Ja, ja. Ja. Ja, das war tatsächlich. Ja, gut. Das erste Mal durchgespielt. Ich denke, vielleicht, ja, mal schauen. Vielleicht spiele ich es noch einmal. Und tschüss, warte ich endlich aufs Finalenspiel. Der erste Eindruck ist jetzt, ja... Einig kurz ein wenig verschrocken. Aber äh... Haben wir es irgendwie schlimmer vorgestellt. Keine Ahnung. Aber ähm... Naja, es ist nicht schlecht. Es ist gut, der erste Eindruck. Und äh... Wenn ihr irgendeine Fragen oder irgendetwas... Keine Ahnung, einen Kommentar schreibt, dann macht ich das. Unten. Drücke ich natürlich auf den Daumen. Und ähm... Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!